Hey Leute, ich bin's und ja, das ist so ein kurz zwischendurch Infovideo. Und zwar kommen die Videos jetzt nicht mehr Donnerstags, sondern Sonntags und um 18 Uhr anstatt um 16 Uhr. Schreibt es doch mal in die Kommentare, welche Zeit euch so gefallen wird, aber ich glaube 18 Uhr ist ganz gut. Ja, mal schauen, was diesen Sonntag so kommt. Ich hab da so zwei Ideen. Ja, falls ihr andere Vorschläge habt für Videos, schreibt es doch in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich mein, Sonntag. Ciao.